Da bin ich wieder zu Unwissen, euren Pipi. Nö, Pokémon bleiben... Naja... Und da hat man immer mitgefiebert, noch früher. Äh... Und sich gewünscht, boah, jetzt gewinnen, jetzt gewinnen, jetzt gewinnen! Weil das war ja immer... ...doch knapp. Da hat, äh, zuerst, äh, war der Arena-Leiter total im Vorteil, äh, und dann hat Ash es doch noch geschafft, einige seiner Pokémon Schachmatz zu setzen. Und da kam es immer 101, äh, oftmals war es ja Pikachu, der dann den Sieg errungen hat. Zumindest, gegen Rokko. War es ja ein... ...ein glücklicher Zufall. Ach Gott, ne Heuler. Da die, äh, Sprenkler... ...Anlagen, die angegangen sind, dadurch wurde ja Onyx... ...durchnässt. Und Pikachu konnte Onyx dadurch mit seinem... ...Donnerschock... ...oder was, Donnerblitz sogar schon? ...außer Gefecht setzen. Und... ...warte... ...sie... ...Nein! Nicht schon wieder! Doch! Ist da noch irgendjemand, der... ...ja... ...einmal hier durch... ...ich will nicht mit angeschlagenen Pokémon da reingehen. Wenn ich mich nicht irre, hat mich nämlich der Felstunnel im letzten Moment mir noch einmal den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt. Wir heilen meine Pokémon, ja. Ich mag es zu heilen. Okay, wir wohnen. Ich möchte jetzt so in 15 Minuten durch sein und bei Lavandir sein. Okay, sagen wir 20... ...25... ...ja, meine Pokémon sind wieder topfit! Es geht in Wunderprechtige! Ich frage mich überhaupt, welcher Pokémon-Folge ich jetzt bin. Okay, da komme ich so gar nicht durch. Brauche ich wirklich Surfer für? Und das Surfer bin ich... ...aufgeschmissen! Ähm... Ja... Wie wir sehen, sie sahen wie nichts! Habe ich noch irgendjemand von Pokémon mit Blitz? Dann kann ich ja meinen... ...Zerschneider Sandama ablegen. Oder kann ich Sandama Blitz beibringen? Falsche Taste... ...TM... ...blablabla... ...Cabeta... ...Habe ich überhaupt schon irgendeine... ...Pokémon mit Blitz? Äh... ...ja... ...Bütz... ...das Zugriff auf das Pokémon-Laderungssystem... ...Pokémon ablegen... ...Sandama ablegen... ...Sandama 100 Box 1... ...Sans-Friheit... ...Pokémon mitnehmen... ...Status... ...N-N-Nein! Ach... Ja, Blitz! PC und so! Verbindung! Zugriff! Bla! Ich will Zubat ablegen... ...Es kann nämlich kein... ...Äh... ...Dingens... ...Habitak-Status... Habe ich keinen Pokémon, was Blitz kann? Status... Kratzsäule, Glut... Ah, du... Rat... Ich meine Ratte hier! Hm... Das ärgert mich jetzt doch schon ein bisschen... Carpador? Ne, Carpador war wirklich... Vollkommen nutzlos... Pipi habe ich mir schon angeguckt... Ich habe keinen Pokémon... Boxwechsel... Ja... Okay, den ganzen habe ich gar keine... Nehme ich halt meinen Sandan mit... Hatte ich nicht noch irgendwie einen... Ich meine, ich hatte eigentlich mit Pokémon, was Blitz konnte... Stöppeln wir einfach mal so durch die Höhle? Irgendwas wird ja doch schon irgendwie dabei rumkommen... Hoffe ich... Hhhhhhhhhh... RANDOM kämpfe... Ich könnt mich übergehen... Meine Pokémon wollen kämpfen, los geht's. Okay. Ich bin vollkommen aufgeschmissen. Okay. Schaffen wir es doch nicht nach Lavandir? Herrlich. Ich könnte vor Freude mich übergeben. Scheiße, ey. Äh, ich sag verdammt Scheune. Schießbude. Schande. Schaffofie. Ein Fleckmon. Fleckmon ist ein Psycho-Pokémon. Gegen Psycho ist Unlicht-Effektiv. Jedoch habe ich keinen Unlicht-Pokémon dabei. Ah, scheiß drauf, ich klopp einfach mit meinem Stein-Pokémon auf das blöde Fleckmon ein. Irgendwas wird schon dabei rumkommen. Kampf. Fangen wir mal mit Schauflern an. Weil Fleckmon ist, meine ich auch Wasser. Beziehungsweise, Fleckmon kann eigentlich Wasser einen Tag mal lernen. Zumindest Surfer. Sei nicht, vertue ich gerade. Kann ja sein, dass ich mich vertue. Und Fleckmon wird besiegt. Und ich halte IP und besiege den Pokémaniac. Game over. Und mit diesen Worten des Pokémaniacs verabschiede ich mich für diese Aufnahmesession von Let's play Pokémon Galve Edition. Bam!